Also ich fand es ziemlich cool. Ich meine, normalerweise ist ja auch so ein bisschen Schulefeld aus, aber ich fand es auch im Gesamten cool, dass wir hier waren und dass die Leute sich auch so viel Zeit genommen haben und uns eigentlich ziemlich gut erklärt haben. Nach dem Experiment hat man beispielsweise genau das schon gezeigt, was du vorhin gesagt hast, nämlich muss man irgendwie die Hirnaktivität messen. Das persönliche Highlight? Ich weiß nicht. Ich fand eigentlich alles ziemlich cool. Ich fand das Experiment unten in dem Keller, in diesem Bernstein-Keller-Dings. Das mit der Gummihand, das fand ich ziemlich cool. Ich finde es krass, was eigentlich alles möglich ist und wie man seinen eigenen Kopf so ausschalten kann. Also von jemand anderem. Ich finde es ziemlich faszinierend. Ich leite die Biologie-Mittelstufen-AG des Freiburg-Seminars und wir haben uns jetzt in den letzten Monaten mit dem Gehirn beschäftigt und daraus ist einfach die Idee entstanden, sich mal den Ort anzusehen, wo tatsächlich am Gehirn geforscht wird von Wissenschaftlern. Ich fand das sehr informativ. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich fand das sehr gut aufbereitet. Auch für die Schüler ist ja nicht so einfach, für so eine breite Altersklasse das zu machen. Und das haben auf unterschiedlichste Art und Weise alle Mitwirkenden so schön geschafft, das runterzubrechen auf das Niveau. Also ich würde sagen, die Sache im Labor hier unten, das man gesehen hat, was man immer auf Science-Fiction-Filmen sieht, diese Labore, dass das irgendwie doch nicht so ganz weit hergeholt ist, dass man mittlerweile schon auf solchem technischen Niveau arbeitet. Also das fand ich ziemlich cool, das zu sehen einfach. Also im Labor stehen und forschen, das würde mich durchaus interessieren, aber dann vorm Computer zu sitzen und Algorithmen zu umwerfen, das wäre nicht so mein Ding. Aber an sich finde ich das schon sehr spannend. Ich bin im Freiburg-Seminar und man ist verpflichtend, eine Exkursion im Jahr zu machen und dann hat sich das eben angeboten, dann bin ich mitgegangen. Hat sich gelohnt. Ich bin im Freiburg-Seminar.